Als nächstes kommen noch mal die Salzburger Nockerl zur Auflockerung. Davor möchte ich aber bitte noch mal darauf hinweisen, dass laut behördlicher Vorschrift die Mindestabstände einzuhalten sind. Und wenn dies nicht möglich ist, bitte ein MNS zu tragen ist. Vielen Dank. Geschätzte Damen und Herren, das nächste Stück ist ein Lied, ein Jodler. Und das was da gerade abgeht momentan ist das, dass wir alle zusammenhalten müssen. Nämlich wirklich alle zusammenhalten müssen, egal welcher Religion, welcher Herkunft und so weiter. Wenn wir das nicht schaffen, dann wird es gefährlich, sag ich jetzt einmal. Und in diesem Sinne ist auch der nächste Jodler, die habe ich gedacht. Und ihr seht in diesem nächsten Jodler genauso diese Kombination aus Tradition und neuem Zeitgeist. So dass man einfach schaut, wenn man was verbindet oder wenn man sich verbindet, dass man viel mehr Potenzial herausholen kann. Das werden wir jetzt sehen. Duy, 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 duy. Duy, 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 duy. Duy, 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 duy. Duy, 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 duy. Ich will ja, ich will ja, ich will ja, ich will ja. Musik 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 Musik